Hier ist Radar 6-5. Ich werde die Bodentruppen in der Einrichtung mit geografischen Infos versorgen. Augen auf! Geben Sie alle Boden- und Luftziele durch. Verstanden, Radar! Wir gehen schnell rein und schießen die Ziele schnellstmöglich ab! Verstanden, Winter. Weidmannsheil und lassen Sie mir welche übrig. 6-5 over. Hier ist Solar Coaction. Alle Bodentruppen zum Einsatz vorbereiten. Es geht los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Radar 6-5. Da ist noch ein Schiff in der Luft. Die Träne geht zu transportieren. Over. Verstanden, Winter. Werde es abfangen. Die haben überall Schluckabwehr. Achtung, Marines. Das Ding ist das Einzige, was die noch auf diesem Planeten hält. Schießt es runter, wenn ihr könnt. Wir brauchen das Schiff am Boden. Wir brauchen das Schiff. forguteln, pas zu 많은 Pocahs. Wir brauchen das Schiff. Böden! Böden! Wie schützt er? Böden! Das ist ein Schiff! Böden! 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 Sollten wir Sie wenigstens losschneiden? Wie haben Sie die Struktur so schnell eingehüllt? Es ist überall. Wir müssen sie hier rausbringen. Nein, er hat recht. Die sind schon tot. Oh, Neil. Das waren wir. Wir waren das. Ach so. Wenn ich schon wieder... ...was wir gesehen haben, ist ein Feuer. Wissenschaftler. Ihr beide mal das in den Maul halten? Da tut sich, was ich beim Radar betrifft. Aber ich bin bereit! Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Das war's für heute. Das war's für heute. Captain, wir kümmern uns um die Kanonen. Los! Das war's für heute. Das war's für heute. Zwei Kanonen machen uns noch Schwierigkeiten. Cool bleiben. Verstanden, Six-Five. Wir suchen die zweite Kanone. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Noch einer erledigt! Feuer! Verteilt euch! Verteilt euch! Wir nähern uns der zweiten Kanone! Verteilt euch! Wir brauchen schwere Geschützer, um die Kanone zu zerstören! Hilft ein Waffenschrank? Da! Dort drüben! Wir brauchen die Kanone! Warteilt euch! Wir brauchen die Kanone! Wir brauchen die Kanone! Was ist das? Wir haben Sichtkontakt, aber eine Kanone schießt immer noch auf uns. Schalte sie aus! Die Lady hat gesprochen. Raider, wir kommen! Bleiben Sie am Leben! Die letzten Kanone, wir ernähren uns aber! Wie läuft es da oben? Schalte die Kanone aus! Schalte die Kanone aus! Schalte die Kanone sprengen wollen, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. In diesem Cockpit ist mittlerweile jeder verdammte Alarm an! Noch einer erledigt! Schalte die Kanone aus! Schalte die Kanone aus! Schalte die Kanone aus! Schalte die Kanone aus! Ich lebe meine linke Seite nur. Hier ist Raider 6-8. Bereit für den Kampf. Hier ist Raider 6-5. Wir schützen ab. Wieder oben. Ich sehe noch mehr Geschütze bei dem brennenden Tortainer. Weiter. Winter, wir geben Deckung. Schalte die Kanonen aus. Die Kanone ist deaktiviert. Der Himmel gehört Ihnen. Gut gemacht, Junge. Gute Arbeit. Der Weg zum Modul der Königin ist frei. Weiter zum ULG. Wir sehen uns dort. Hier ist 6-5. Raketen scharf. Freigetündet. Das steht dicht. Verlacht richtig, Raider. Wir sehen unser anderes Schiff da unten. Es könnte Überlebende geben. Kein Marine bleibt zurück. Seht mal noch. Verstanden, Action. Good job. Beep. 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 Noch einer! Beep. Beep. Beep! Beep. 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 Beep, Beep! Wir sehen sie! Die Königin lebt noch! Wiederhole weiter! Die Königin lebt! Ich mach euch fertig! Bleibt am Leben, verdammt! Ich verspreche nichts! Wir sind gleich bei euch! Eintreffen und weniger als eine Minute! Ja. Sichtkontakt zum Ziel! Raketen-Charge! Im Deckel-Marines! Target's Endlot! Keine Explosion, Raider! Es gab keine Explosion! Action! Wir sind geflüchtet! Sollen wir hinterher, bitte auf Anreise! Negativ! Verfolgen Sie sie nicht! Gehen Sie umgehen zum ULG-Chef! Hier ist Action! Alle verbleibenden Colonial Marines begeben sich zum ULG! Wir reisen ab! Sie werden zum Schiff! Wir folgen unseren Anweisungen! Schnell! Schnell! Ach! Ah, Scheiße! Hat euch das gefallen? Wir haben es gleich geschafft! Passt auf, bis wir an Bord sind! Feind vernichtet! Geht! Das war's. Los, los, los! Das Öl geht weit auf! Das ist der einzige Weg von den Planeten! Axel, hier ist Winter! Das Schiff! Wir waren zu spät! Das ÖLG ist gestartet! Wiederhole, das ÖLG ist gestartet! Erbitten Anweisungen! Alle waren zum Dropship! Sofort! Wie zur Hölle sollen wir denn auf dieses Schiff kommen? Daran arbeite ich noch! Jetzt wäre ein verdammt guter Zeitpunkt! Ich weiß! Bishop, was ist, wenn ich die Türen sprengen? Als Vorsichtsmaßnahme wird sicher von Ihnen abgeriegelt. Was? Das ist der Plan? Andere Optionen haben wir nicht! Wir müssen vor dem verlassenen Atmosphäre an Bord! Reed, machen Sie schon! Waffen scharf! Zwei gezündet! Alle festhalten! Halt! Fertifanz! Ken! Fertifanz! 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 Warum scharf? Diefer!